Hallo, hier ist der Martin von Manni-Mann-Kees, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 21.08.2023. Unser DAX hat sich irgendwie ein bisschen im Seilen verfangen auf dem Weg den Wasserfall hinunter. Wir haben zum Freitag ganz gut abgefedert. Das ist kein klassischer Freitag, einer von zehn, die von Anfang bis Ende durchgereicht wurden. Den darf man sogar als Seitwärtsfreitag abstimmeln, denn wir waren sogar. Oder kurz gegen Schluss noch mal fast auf Tageshoch gewesen, oder zumindest fast ran. Die waren mal kurzzeitig sogar noch mal grün geworden. Das war eine Minutensache, dass man das noch mal gedreht hat. Ja, wir hatten gesprochen, aus dem Band raus, unten beschleunigen und so weiter und so fort. So beschleunigte natürlich keine Bewegung auf. Ich habe mir da gestern und auch die letzten Tage viel Mühe gegeben, euch das noch mal ein bisschen vor Augen zu halten. Weil ich weiß, wie der DAX sich oft bewegt, gerade mit so Seitwärtsphasen. Der hat dann immer so eine Marke oder so einen Bereich, wo alle noch denken, naja, bis dahin geht es bestimmt, dann dreht es doch eh wieder hoch. Und das ist halt hier diese klassische 200-Tage-Linie. Und oft ist es aber so, dass tatsächlich an so einem Punkt, wenn der Markt eben dort sich nicht stabilisiert und nicht auftritt, ein richtiger Trendschub anfängt. Die Leute, die Shorts sind, die sind alle glücklich und zufrieden, die gehen dann aus ihren Shorts raus, die die long drin sind, kämpfen noch ein bisschen um zu überleben. Und dann fängt der Markt dann richtig Tempe aufzubauen und dreht eben nicht hier, sondern macht Abwärtsgap, macht noch mal 200 Punkte, macht Abwärtsgap, macht noch mal 400 Punkte, kommt mal einen Tag ein bisschen zur Seite, dann macht am nächsten Tag wieder 500 Punkte nach unten. Denn sowas geht ja. Sowas haben wir im Tag doch schon oft genug gesehen und insbesondere eben auch oftmals in Monaten August und September. Das sind so klassische Monate für sowas. Und deswegen habe ich euch da versucht, ein bisschen darauf hinzuweisen. Ich war erschrocken, als ich dann das Kommentar auch gesehen habe vom Daniel Hörsch. Ich wäre, wie immer, zu long orientiert. Da passt bitte drauf auf. Also ich versuche wirklich sehr, 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 sehr stark, mich neutral zu geben und euch beide Varianten vorzuzeigen. Wenn ihr aber raushört, dass ich zu long orientiert bin, dann habt ihr was definitiv verstanden. Denn wenn ich versuche, also wenn ich etwa in eine Richtung mehr orientiert bin, dann ist es momentan abwärts. Und versuche aber für euch neutral zu wirken, indem ich euch natürlich auch die positiven Szenarien vorstelle, die der DAX machen würde, wenn er den Bullisch notiert. Aber ich rechne hier eigentlich fest damit, dass wir die nächsten Tage die 360 und war deswegen doll erschrocken, dass da jemand schreibt, ich wäre viel zu long orientiert. Also da ist wirklich dann das Ohr nicht ganz da, wo es hin muss, weil wir müssen nur mal beide Perspektiven betrachten. Also die positiven wie auch die negativen Routen. Und für die negativen Routen muss ich ganz klar sagen, hält der Bereich hier nicht und wird es richtig, richtig kuschelig noch im DAX halt, die nächsten Wochen. Weil hier unten raus fängt der an Tempo zu machen. Also das wird richtig lecker. Das hat jetzt schon Spaß gemacht hier unten. 4,60, der bedient unsere Marken unten raus perfekt. Der läuft alles, was wir hier sagen, läuft ja eigentlich schön ab. Da gibt es auch nichts, da gibt es nichts zu bullig zu sein. Weil der macht das schön, so wie es gesagt ist. Und er hat auch unsere Linie unten jetzt beackert und hat da am Morgen einmal sich genauer draufgeparkt, ist ein bisschen zurückgekommen, hat er nochmal versucht runterzukommen. Dann hat man ihn hinten raus aber wieder doll zurückgehoben. Das heißt, er hat einfach den Pfeil bedient, den wir haben. Und jetzt haben wir eine besondere Situation im Chart drinnen, nämlich dass er gegebenenfalls vielleicht schon vorstellt, als war an der Tage, wie er auftritt, mit der 360. Ich glaube ihm das noch nicht. Aber wir haben eines am Freitag ja sehr deutlich gesagt, oder am Donnerstag für den Freitag. Ich habe gesagt, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass er zum Freitag die 360 erreicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es Montag oder Dienstag wird. Und je nachdem, ob es Montag oder Dienstag wird, würde das ein bisschen indikativ dafür sein, ob wir denn durchsprechen oder nicht. Würde der am Montag per Abwärtsgeld vielleicht sogar reinkommen und unterstief drunter machen? Ich glaube nicht, dass er dann auch an der 360 hält. Also ich glaube, wenn wir Montag durchmachen, kriegen wir auch einen Tagesschluss unter der 200-Tag-Linie hin. Und dann würde das nächste Gap anlaufen, das liegt ja bei 15.121 und dann würde er sich hier ein bisschen zur Seite schieben, sich überlegen, okay, kommt er nochmal zurück oder nicht. Und wenn er dann Bock auf einen schwachen September hat, dann fängt er hier unten an, Tempo zu machen. Ja, also meine Erwartungshaltung für den Montag, um das kurz zu sagen, im negativen Szenario mit Abwärtsgap und einem Schmutz, den wir haben können. Das heißt, Druck 8 Uhr, Druck 9 Uhr nach unten. Wenn wir sowas bekommen, rechne ich mit einem Erreichen von 360. Und ich glaube schon, dass sie reagiert. Ich denke, dass sie nach oben reagiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er in der Erholung so schwach wirkt, dass er gegen Handelsende dann sogar nochmal unter die 200-Tage-Linie drunter gelegt wird und vielleicht sogar einen Tagesschluss da drunter kriegt. Ja, also am nächsten, ein Tag noch und Bollinger Band und 200-Tage-Linie bilden hier auch eine Einheit. Ja, wenn der jetzt nochmal da abkippt, ich hätte dann fest noch die 360 vor Augen. Aber wir müssen eines ganz, ganz deutlich sagen, wir haben hier einen klassischen Doppelböden jetzt drinnen. Und wenn unser Dax eines wirklich mag, dann sind es Doppelböden. Also wenn es Formationen gibt, die er immer wieder doch sehr auffällig genau ausspielt, dann sind es Doppelböden. Und deswegen würde ich, ohne long-orientiert zu sein, einfach um euch auch ein bisschen drauf vorzubereiten, hey, was passiert, wenn das negative Szenario nicht eintrifft, würde ich oberhalb von 6,40, 6,50, ich glaube, Shorts erstmal stecken lassen. Ja, ähm, weil wir haben das in Premium-Updienst schon geschrieben, unten hier, als er hier an den Tiefsten rumgezuckt hat, habe ich schon gesagt, wenn er über 5,20 drüber geht, dann stellt er hier unten iSKS rein. Und wenn er dann zusammen mit dem Tagesschart irgendwie die Kerse noch grün kriegt und die 5,20 rausspielt in die, ähm, was haben wir geschrieben, 5,85, ich weiß gar nicht mehr, was der SKS-Ziel war, ich glaube, 5,85. Ähm, da haben wir geschrieben, ich würde dann nicht mehr Short gehen, weil das eine komische Kombination wird dann, ne, und ISKS im kleinen, im M5 hat man die gesehen, dann hochgedrückt und jetzt ist genau das eingedreht. Jetzt haben wir im Tagesschart einen Hammer drin, mit einem möglichen Doppelboten und das ist eine Kombination, die ein DAX, wenn er es denn wirklich ausspielt, auch nicht ausspielt im Sinne von, ich laufe hier jetzt 50 Punkte hoch und bin danach fertig, sondern das ist wirklich, das kann hier hängen, ja, das kann durchaus 16, das kann über 16,60 werden. Das kann sogar in den Gap-Close reingehen und danach trotzdem wieder umkippen, nur weil er Bock auf seinen Doppelboten ausspielen hat. Bei sowas bin ich einfach immer ein bisschen vorsichtiger. Solange wie dieses Doppelbodenszenario jetzt hier nämlich drin ist und er keine Schwäche zeigt, dann würde ich für das Doppelbodenszenario erstmal arbeiten und auch machen lassen. Das heißt erstmal Shorts zurückstellen, bis wieder krasse Schwäche reinkommt oder man sichtbare Schwäche sieht und wenn der über 6,50 nach oben schiebt, dann lass den schieben. Der läuft im Zweifel wieder an die 16.000 und auch höher. Dass jetzt mit so einem Schwung hier unten drauf alle ein bisschen auf 200-Tage-Linie gepult gewesen, manche ihre Shorts noch nicht rausgekriegt, also das ist wirklich eine heikle Situation, aus der eine richtig lange grüne Kerze auch rausziehen kann. Die kann locker bis 9,50 schon gehen. Am Montag. Heißt, im konkreten Falle, ihr habt von mir das Negativszenario gehört, der DAX fällt weiter, macht einen Abwärtsgap, drückt sich runter, geht auf die 3,60, zuckt dort nach oben, fällt runter. Macht er das aber nicht und er zeigt sich positiv und geht über eine 6,40, 6,50 würde ich persönlich vorsichtig machen und den machen lassen. Denn er kann in den Rücklaufzielen erstmal an die 700 ran, das wird ein kleiner Brocken, da kann er sich am Vormittag mit abkämpfen von 11 bis 12, kann er sich dann da verrammeln und wenn die Amerikaner ihn aber am Nachmittag auch nochmal Feuer geben und er steigt weiter, dann kann er über 700. Lockup ist 9,50 bis Tagesende erreichen. 9,40, 9,50, das ist drin. Und von daher passt er ein bisschen auf. Also ich hatte es in den Premium-Updates schon geschrieben, also unten, dass er einen IS-Guys gebaut hat, da stand er bei 500, glaube ich. Da haben wir schon gesagt, wenn er über 5,20 geht, erstmal keine Shorts mehr, vielleicht sogar Feierabend machen für den Freitag. Ja, weil er kann ja, wenn er dann noch eine grüne Tageskatze hinterher zieht, der schiebt im Zweifel weiter, aber wenn er jetzt noch über 6,50 geht, würde das ja noch bestätigen. Ja, und von daher, das ist, denke ich, das Risiko, dann würde er nämlich auch den Fall hier auch noch richtig ausfahren. Ja, und das ist das Positiv-Szenario und Negativ-Szenario, habt ihr auch gehört. Und ich denke, damit ist beides fair betrachtet, auf beiden Seiten, ohne, dass ich für etwas, ich würde beides handeln. Das sollte euch auch klar sein. Ich habe auch die letzten Tage gesagt, ich würde unter 776 klar short gehen. Ja, das ist manchmal faszinierend, wenn dann genau nach solchen Sätzen die Leute sagen, ich bin zu long-orientiert. Und da fühle ich mich immer sehr missverstanden, obwohl ich mir sehr, sehr viel Mühe gebe, beide Seiten neutral und gleich zu bewerten. Ja, und wir müssen beide Seiten bewerten. Ich bin kein Hellseher, ich bin kein Gott, ich weiß nicht, was morgen passiert, keine Ahnung. Aber was wir aus der Chart-Technik ableiten können, ist zu bestimmen, wie weit läuft er, wenn er positiv handelt, wie weit läuft er, wenn er negativ handelt, wo wird er wahrscheinlich reagieren, wo läuft er vielleicht ein bisschen zur Seite, wo zuckt er zurück. Das ist ja das, was wir aus der Chart-Technik ausnehmen. Nicht, ob es morgen schneit, regnet oder stürmt, keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Die Chart-Technik können wir nur dafür nutzen, um diese Reaktionsbereiche einfach zu ermitteln, Wendepunkte, ein bisschen eine Tendenz abzuleiten, wo ist er positiv, wo ist er negativ. Aber der kann morgen alles machen. Ja, alles. Der kann steigen, der kann fallen, keine Ahnung. Ich bin kein Hellseher. Und ich will auch keiner sein. Ich will Geld verdienen an den Punkten, wo ich mit Chart-Technik-Reaktionen ableiten kann. Und das ist ganz klar, 700, 670 bis 700 und wenn er drüber geht, bis 559 nochmal eine schöne Strecke, wo man vielleicht auch ein bisschen was nach unten nehmen kann. Und natürlich, wenn er umkippt, abwärtskippt, Druck reinbringt, 360, Hauptziel. Großes Hauptziel. Drunter kommt dann erst wieder 15,1,20. Okay, damit würde ich es hier dabei belassen. Ich wünsche euch viel Erfolg am Montag. Gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.